armes kindchen armes kindchen so sagte man in der ganzen nachbarschaft zu ihm manche schauten es mitleidvoll an andere tätschelten ihm gar den kopf alle waren sich einig darüber wie schwer es für ein kleines kind sein müsse so frühzeitig mit dem tod konfrontiert zu werden die großmutter hatte mit ihrem sohn und dessen kleiner familie im gleichen haus gewohnt sie hatte für das enkelkind das mittagessen gekocht wenn es von der schule kam sie hatte es ins bett gebracht wenn die eltern am freitagabend ausgegangen waren sie hatte ihm in ihrer stube leise vorgelesen wenn vater und mutter am sonntag ihre ruhe brauchten und nicht gestört werden wollten nun war die großmutter gestorben friedlich zu hause eingeschlafen nannten es die nachbarn tot sagte das arme kindchen zu den kameraden in der grundschule ihm reichte das klare wort es war kurz und bündig lange umschreibungen waren seine stärke nicht wie nun die großmutter weg war mehrte sich die post merklich das kind fischte sie täglich aus dem briefkasten sobald es aus der schule kam denn obgleich es jetzt in der kantine zu mittag essen musste war es noch immer dasjenige familienmitglied das unter der woche als erstes zu hause war die briefe mit dem schwarzen rand wirkten dicker als die anderen und als die mutter die ersten aufmachte wusste das kind auch warum geld scheine lagen darin das arme kindchen war gescheit es folgerte aus seiner beobachtung dass es offenbar üblich war den trauerkarten eine banknote von individuell bestimmter höhe beizufügen nachdem die mutter in seinem beisein mehrere solcher umschläge geöffnet und sortiert hatte wusste es auch dass mal ein fünfer mal ein zwanziger meistens aber ein zehner enthalten war die freundlichen leute legen ihrer beileidsbekundung etwas geld hinzu damit es uns bei den beerdigungskosten hilft erklärte ihm die mutter als sie seine interessierten augen bemerkte das arme kindchen war wirklich sehr gescheit es konnte mit wasserdampf umgehen es konnte papier falten und schönschrift nachahmen es hatte im rechnen stets eine eins somit war es für das kind ein leichtes die post unbemerkt zu öffnen die geldscheine zu entwenden und die umschläge wieder zu schließen es wusste auch dass es klüger war nicht alle scheine herauszunehmen also holte es sein eigenes taschengeld hinzu das bestand aus zwei fünfern und einem zehner aus dem ersten umschlag der zwei fünfer enthielt nahm es einen heraus und ließ den anderen drin jetzt hatte es drei fünfer es öffnete andere umschläge und tauschte die darin enthaltenen zehner mit seinen eigenen fünfern dann fand es zwanziger die tauschte es mit den zehnern es tauschte und tauschte bis es nichts mehr zu tauschen gab manchmal ärgerte sich das arme kindchen wenn besonders vorsichtige verwandte der großmutter in ihren beileidsbekundungen den genauen wert der beigefügten geldscheine vermerkt hatten aus einer 15 konnte es leicht eine 05 machen aber eine 15 steckte selten in den umschlägen war keine 15 drin musste das kind die karten dieser vorsichtigen verwandten in ruhe lassen etwa zwei wochen lang trudelte die trauer post in hübscher regelmäßigkeit ein dann ließ ihr strom abrupt nach offenbar waren die beerdigungskosten gedeckt folgerte das kind zu jenem zeitpunkt hatte es bereits eine stolze summe beisammen die es zwischen dem buchdeckel und dem umschlag seiner fiebel versteckte weder die lehrerin noch die eltern kümmerten sich um seine fiebel das wußte es und das arme kindchen wußte auch was es mit seinem neuen reichtum anfangen wollte denn erst letztens hatte es am schaufenster der spielwarenhandlung eine schöne große ritterburg entdeckt niemand schien von alledem etwas zu merken nur einmal kurz vor der beerdigung der großmutter glaubte das arme kindchen die mutter wäre ihm auf der schliche ein mann war da und holte die medikamente der großmutter ab die nun nicht mehr gebraucht wurden er fragte beiläufig wo die eltern am tage des todes gewesen seien es war heiß in der stube und die mutter wedelte sich mit einem stück papier kühlende luft zu bei dem papier handelte es sich um einen der umschläge die das kind heimlich geöffnet und dann wieder zugeklebt hatte während sie wedelte schaute sie ihm direkt in die augen und sagte sie wären zu dritt am see gewesen als die großmutter verschied und hätten sie erst später aufgefunden nicht wahr mein kleines fragte sie und das kind hielt es für besser mit ja zu antworten darf ich zum flohmarkt gehen bat es später und erhielt die erlaubnis dazu der flohmarkt fand bloß drei straßen weiter statt aber das arme kindchen lief in eine ganz andere richtung lange nach der beerdigung besuchte sie onkel ralph ein entfernter verwandter des vaters das kind belauschte ein gespräch zwischen den erwachsenen in dem es um die grenze die grabstätte und den stein ging onkel ralph wunderte sich über eine finanzielle unstimmigkeit und sagte ich könnte schwören dass ich einen höheren betrag beigefügt hätte der vater antwortete nichts er sah das arme kindchen das mit seinem selbst erstandenen spielzeug kantierte der verwandte folgte seinem blick trägt das ganze wohl mit fassung fragte onkel ralph und das kind sah aus den augenwinkeln wie er in seine richtung nickte ist etwas stiller geworden aber ansonsten geht's antwortete der vater hat sich das teure ding auf dem flohmarkt geholt ganz selbstständig onkel ralph schaute genauer hin sieht ziemlich neu aus für eine gebrauchte burg fand er aber gut wenn sie ablenkung bringt onkel ralph blieb ein paar tage dann verabschiedete er sich und bedachte dabei das kind mit einem merkwürdigen blick er war der einzige der nicht armes kindchen gesagt hatte und seinen kopf tätscheln das wollte er erst recht nicht zwei wochen später kam ein anruf von der schule dem kind wurde ein tadel ausgesprochen weil es mehrfach mit dem fuß nach einem anderen kind getreten hatte das andere kind trägt genauso die schuld beharrte die mutter es hat meinem die fiebel wegnehmen wollen zum spaß verteidigte die lehrerin das andere kind die mutter blieb eisern wie soll man in der dritten klasse zwischen scherz und ernst unterscheiden können fragte sie man muss außerdem bedenken dass wir uns in einer schwierigen trauerphase befinden fügte der vater hinzu beide eltern waren sich darin einig dass die lehrerin überreagiert hatte und ihr armes kindchen das bedauernswerte opfer war harmlos und unverstanden jahrzehnte später als ihr armes kindchen wegen schweren raubs hinter gittern saß und auf seine verurteilung wartete hielt die mutter noch immer an dieser einstellung fest der vater hingegen weit weg in der karibik band am tag der urteilsverkündung einen heimlich gekauften strick am deckenleuchter fest gerade in dem moment als eine zweite frau zum schwimmen hinunter an den strand lief in dem moment als einen wischende a 챈� 연�icht auf den dritten trugen 4 6 6 6 Untertitelung des ZDF, 2020